Camarón de la Isla war ein spanischer Flamenco-Sänger. Leben Jose Monia CRUZ, später bekannt als Camarón de la Isla, wurde am 5. Dezember 1950 auf der Halbinsel San Fernando in Spanien geboren. Die Mutter, Juana CRUZ Castro, wurde 1913 in San Fernando geboren und war in der Region als Flamenco-Sängerin bekannt. Sie starb 1986. Der Vater, Juan Luis Monia Núñez, wurde 1911 in der Nähe von Conil de la Frontera geboren und starb in den 1960er Jahren an chronischem Bronchial-Astma in San Fernando. Er arbeitete als Schmied in der eigenen Schmiede und war ebenfalls als Flamenco-Sänger im Heimatort angesehen. Camarón kam als eines von acht Kindern zur Welt. Sein ältester Bruder Manuel wurde 1932 geboren. Es folgten Juan, Luis Remedios, Francisco Corro, Jesus, Jose und Isabel. Die Gitano-Familie führte ein Leben in einfachen Verhältnissen. Den Künstlernamen Camarón erhielt er in seiner Kindheit von seinem Onkel Joseco. Dieser wurde ihm aufgrund seiner schlanken Figur, seiner hellen Haut und blonden Haare gegeben. Der Zusatz de la Isla bezieht sich auf seinen Geburtsort San Fernando, der auf einer Halbinsel liegt. Camarón brach die Schule ab, als er zehn Jahre alt war und begann seinem Vater in der Schmiede zu helfen. Mit 16 Jahren holte er einen einfachen Schulabschluss nach. Ursprünglich wollte Camarón Torero werden. Da aber die Menschen in San Fernando ihn immer häufiger darum baten zu singen, ihn dafür entlohnten und zu essen gaben, verwarf er diesen Zukunftsplan. Er empfand das Singen als einfacher. 1976 heiratete Camarón die 16-jährige Gitano Dolores Montoya, später bekannt als Lachispa, mit der er bis zu seinem Tod zusammenlebte. Aus dieser Ehe gingen vier Kinder hervor, Luis, Gelma, Routio und Jose. Camarons erste Tochter Juana entstand aus einer Affäre mit Marie-Pierre Zett bereits vor seiner Ehe. Camarón war starker Raucher und konsumierte weitere Drogen wie Haschisch, Kokain und Heroin. Trotz mehrerer Entziehungskuren wurde er wiederholt rückfällig. Teilweise beeinträchtigte dies auch seine Auftritte und Aufnahmen. Sein letztes Album »Potro di Rabia Y. Mehl« wird als Eingeständnis seiner Ohnmacht gegenüber der Droge Heroin gesehen. 1986 verursachte Camarón einen Autounfall, bei dem zwei Menschen starben. Er wurde zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr verurteilt, die er jedoch nicht antreten musste. 1992 begab sich Camarón aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme in eine Klinik in den USA, wo eine Lungenkrebserkrankung festgestellt wurde. Für die letzten Monate zog er sich in eine Klinik in Badalona zurück. Am 2. Juli 1992 um 7.10 Uhr starb Camarón. Das Begräbnis fand auf seinen Wunsch hin in der Heimatstadt San Fernando statt. Etwa 50.000 bis 100.000 Menschen nahmen an der Beerdigung teil. Die Verehrung seitens der Fans und die nationale sowie internationale Bekanntheit Camarons glichend der eines Popstars. Dies war im traditionellen Flamenco bis dahin nicht üblich. Seinen Stellenwert als politische und kulturelle Identifikationsfigur für die spanischen Gitanos zeigt sich etwa darin. Das Camarón mit der über den Sarg gebreiteten blaugrünen Flagge der Gitanos zu Grabe getragen wurde, musikalischer Werdegang, Anfänge und Prägung. In Camarons Elternhaus gehörte der Flamenco zum Alltag. Er erinnert sich, wann immer Künstler in der Stadt waren, um in San Fernando aufzutreten, endete das Fest bei uns zu Hause. Die Schmiede wurde zum Treffpunkt und dort waren sie bis zum Morgengrauen beieinander. Ich hörte, dass alles und die Dinge blieben hängen. Alles, was ich von den Alten lernte, ereignete sich bereits in der Kindheit ein breites Songrepertoire an. Laut Camarón hatte besonders die Mutter einen starken Einfluss auf seine musikalische Entwicklung. Durch sie lernte er die traditionellen Flamenco-Gesänge wie die Bollerias und Sigirias. Bereits mit sieben Jahren begann Camarón auf der Straße und in den Bars seines Heimatortes zu singen. Ab 1959 trat er auch in der Gaststätte La Venta de Vargas auf, in der er wichtige Kontakte zu anderen Flamenco-Sängern knüpfte. 1962 gewann er den ersten Preis beim Konkurs Flamenco del Festival de Montilla. Ein Jahr später folgte ein Auftritt auf dem renommierten Frühlingsfest in Sevilla. Dies wird als Schlüsselereignis auf dem Weg in die professionelle Gesangskarriere gewertet. Da viele bekannte Flamenco-Künstler Camarón hier öffentlich auftreten sahen und von seinem Talent begeistert waren, Durchbruch und Erfolg. Ab 1964 war Camarón mit dem Ballet de Arte Español und Miguel Cuesada folgen auf Tour. 1966 erhielt er einen festen Vertrag im Torres Bermejas de la Plaza del Calao, einem bekannten Flamenco-Lokal Madrid. Anschließend ging er gemeinsam mit Dolores Vargas und Juanito Valderrama auf Tournee. Seine ersten Studioaufnahmen machte Camarón 1968 als Sänger für den Gitarristen Antonio López Arenas und 1969 für Sabicas. In Madrid lernte Camarón den Gitarristen Francisco Sanchez Gomez besser bekannt als Paco de Lucia kennen. Aus der Zusammenarbeit entstanden insgesamt neun Alben. Die erste Schallplatte erschien 1969. Wie die folgenden zwei Alben trug sie den Titel El Camarón de la Isla con la Collaboración especial de Paco de Lucia. Dieses wie die folgenden Alben wurde von Paco de Lucias Vater Antonio Sanchez Pezzino produziert. Es beinhaltete sowohl den typischen Gitarrno-Gesang Camarons als auch Paco de Lucias neuartiges Gitarrenspiel. Die Kombination von traditionellen und kommerziellen Elementen schuf eine Verbindung zwischen Flamenco und populärer Musik. Das erste Album verkaufte sich jedoch nicht den Erwartungen entsprechend. In den Jahren 1970 und 1971 nahmen Camarón und Paco de Lucia zwei weitere wichtige Alben auf. Kada VEZQUNOS Miramos und Sante US Ojos Dors Estrellis. Für den Titel Son Canjas Terra ihres gleichnamigen vierten Albums aus dem Jahr 1972 erhielten sie die Silberplatte beim Flamenco Son Wettbewerb Antonio Maiano. Um der Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass das Werk Camarons und Paco de Lucias bereits jetzt als Wegweisen für den Flamenco zu betrachten war, brachte die Plattenfirma 1973 eine Compilation der ersten vier Alben heraus. Ab 1974 begleitete der 16-jährige, bis dahin nahezu unbekannte Gitano-Gitarrist Josef Fernandes Torres Camarón bei Live-Auftritten. Gleichzeitig wurde die Zusammenarbeit mit Paco de Lucia auf dem Albums Eucamin Ante fortgesetzt. 1975 erhielt Camarón den Premio Nacional del Cante Paula Catedra de Flamencologia de R.S. Nach seiner Hochzeit mit La Chispa 1976 und dem Erscheinen des Albums Castillo de Arena begann eine ruhigere Phase in Camarons Karriere. Mit der Veröffentlichung des Albums La Laienda del Tempo im Jahr 1979 änderte sich dies. Es war das erste Album, das Camarón nicht mit Paco de Lucia, sondern mit Tomatito aufnahm. Einflussnehmender Produzent war Ricardo Pajon. La Laienda del Tempo wurde als Konzeptalbum angelegt und bediente sich neben der zeitgenössischen Studiotechnik neuer Instrumente wie Sita, Keyboard und Synthesizer. Dies wird als Beginn des Flamenco Nuevo bzw. Flamenco Fusion gewertet. Kommerziell war La Laienda del Tempo zunächst jedoch nicht erfolgreich und wurde scharf kritisiert. 1981 kam in Zusammenarbeit mit Paco de Lucia, dessen Bruder Pepe de Lucia und Tomatito das Album Comuel Agua heraus. Ein weniger experimentelles Album, das als Reaktion auf die starke Kritik an La Laienda del Tempo verstanden wird. Nach zwei weiteren gemeinsamen Alben, unter ihnen das kommerziell erfolgreiche Viviere mit Paco de Lucia Sextet, trennten sich die Wege von Camarón und Paco de Lucia 1985. Im Mai 1987 gab Camarón ein vielbeachtetes Konzert an drei Tagen im Cirque Diva in Paris. 1989 spielte er das Albums Eugitano gemeinsam mit dem Royal Philharmonic Orchestra ein. Das als meistverkauftes Album in die Geschichte des Flamenco einging. Gemeinsam mit Paco de Lucia und Tomatito entstand 1992 kurz vor seinem Tod das letzte Album, Im Potro de Rabia Y Miel. Albert Las Flores Loran wurde in die legendäre Wireliste The Rires 100 Rekord A.R.Z. The World on Fire aufgenommen. Diskografie. Flamenco. Gruppo Flamenco de Antonio Arenas. Sabicas. La Historia del Flamenco. El Camarón de la Isla con la Collaboración Especial de Paco de Lucia. Albert Las Flores Loran. El Camarón de la Isla con la Collaboración Especial de Paco de Lucia. Cada VIZQUNOS Miramos. El Camarón de la Isla con la Collaboración Especial de Paco de Lucia. San T.U.S. Ojos dos Estrellas. Caniaster. El Camarón de la Isla con la Collaboración Especial de Paco de Lucia. Caminito de Totana. Soy Caminante. A.T.Y Majestad. Rosa Maria. Castillo de Arena. La Laienda del Tempo. Gran Festival Flamenco. Como el Agua. Calé Real. Vivire. T.I.L.O. Dice Camarón. Flamenco Vivo. Soy Gitano. Potro de Rabia Y.Mil. C.V.L.A.N.S. Camarón Nuestro. Paris 1987. Anthologia Inédite. Camarón en la Venta de Vargas. Filme. 2002 Dokumentation Digital Duende. Die Erben des Camarón de la Isla. Eine kritische Begegnung mit der Flamenco-Avangarde. 2003 Konzert. Mitschnitt Camarón de la Isla. Paris 87-88. 2005 Spielfilm Camarón. Regie Amy Chavarri. 2006 Spielfilm La Laienda del Tempo. Regie Isaki La Cuesta.